hey leute und willkommen zu einem neuen video dieses video wird euch hoffentlich unterhalten denn es sind meine besten momente in clash royale die mir je passiert sind der titel der euch wahrscheinlich einiges verspricht wird hoffentlich erfüllt werden es kommt alles drin vor was so versprochen wird und ich hoffe das video kommt gut bei euch an es sind die top 7 meiner besten momente in clash royale das video war richtig viel arbeit deswegen hoffe ich dass es auch wirklich gut bei euch ankommt und vielleicht kann ich auch den ein oder anderen von meinem kanal überzeugen und jetzt viel spaß bei dem video so bevor wir beginnen möchte ich euch noch einmal kurz ein replay zeigen und zwar habe ich mit einem freund zusammen heute clan battles gemacht und wir haben ein bisschen mit dem riesen skelett gespielt mit riesen skelett klonsauber und so läuft das hier auch ab wir setzen unsere riesen skelette hin mit einer kompletten drei musketieren wir spiegeln unser riesen skelett oder der erste klonsauber sechs riesen skelette jetzt der nächste klonsauber acht riesen skelette der tornado zieht alles rein das kampfwort tötet jetzt zusätzlich unsere ganzen riesen skelette zwei riesen skelette überleben das ganze o1 kommt noch an den turm und so gewinnen wir das spiel dann auch richtig krasse taktik hat auf jeden fall auch super funktioniert und hat auf jeden fall mir richtig richtig viel spaß gemacht das war so einer wir spielen gegen einen entferntum spieler mit schweinreiter und wir führen 1 zu 0 20 sekunden bleiben noch übrig der wirft wieder richtig skiller haft sein kobold fass werfen noch schnell ein log drüber es sind noch 13 sekunden zu gehen der kampf endet in zehn sekunden es gibt noch einen ofen die prinzessin wird dadurch abgewehrt aber jetzt seine rakete kommt er wirft noch einen kampf holz ich denke ich habe verloren aber es bleibt einfach 1 hp übrig dieses video habe ich von einem klaren kollegen zugeschickt bekommen es ist richtig krass achtet einfach mal auf den funki ok es ist das skelette dann gehe ich mal aggressiv ramburg ich predikte mal mit dem pfeil vielleicht kommt noch was oh gott was oh gott vor allem darum dass ich euch zeigen will was soll das gerade was soll das denn gerade wir haben zwei meine dritter auf unserer hand ich weiß in den unteren aränen gibt es öfters hacker wir haben definitiv loll ich habe es schon mal gesehen wir haben das wir haben hier ein hacker was ich jetzt was hier nicht auf wir werfen die feuerwehr drüber wir haben glaube ich ein hacker hier am start also ihr habt es gesehen am anfang bei der king tour so kurz rum gedreht und ich habe vor zwei tagen hier seht ihr es kurz eingeblendet ich habe eine legendäre karte aus der neuen klankampf trug gezogen auch ziemlich nice ist ein bisschen schade dass ich im video drin ist ok wir beginnen jetzt erstmal hier kurz noch mit der klaren truhe ich habe ihn hier auf meinem zweiten account aufgehoben wobei wir dann zu den krasseren truhen auf den anderen accounts kommen ist ein ziemlicher low level account jetzt hier von mir den habe ich mal just von angefangen ich bin mir ziemlich sicher dass alle epic cards und alle selten weg sind jetzt hätten wir doch noch eine legendäre aus der klarkampftruhe nicht ernsthaft doch nein wir kriegen auf meinem low level account ein elektromagier bis hierhin war es ein ganz normales spiel der gegner kommt mit der elite barbahn wir verteidigen mit einem prinzen und den minion horde und jetzt machen wir alles mal in halber geschwindigkeit ich setze vor den prinzen ein elektromagier die fire spirits sterben soweit jetzt kommt der prinz man sieht den elektromagier kaum noch der prinz drückt den elektromagier zum turm hin und zack es sieht aus wie der prinz mit einem elektromagier stun den turm aktivieren aber in wirklichkeit ist natürlich nur der elektromagier der elektromagier aktiviert den king tower und der gegner lacht uns einfach eiskalt aus so das waren für mich die besten momente in clash royale für mich persönlich ich hoffe das video hat euch gefallen am mittwoch geht es weiter mit einem wahrscheinlich mit einem fetten chest opening mit unter anderem einer super magietruhe magietruhe riesentruhe und so weiter ich rede jetzt nicht von den von den truhen hier unten die kommen vielleicht in meinen anderen chest opening muss ich mal schauen ich hoffe auf jeden fall ihr hattet spaß bei dem video und ich bin damit raus leute bis zum nächsten video ciao ciao